Endspiel der UEFA Europa League. Zwei Teams, die sich den Titel holen wollen. Zwei Teams, die den ganz großen Erfolg wollen. Bleiben Sie dran, wir zeigen Ihnen dieses Spiel live hier aus dem Estadio Ramon Sanchez Piscuán. Heute schaut die ganze Welt zu. Heute will jeder Fußballfan wissen, wer gewinnt denn jetzt diese UEFA Europa League? Ein toller Wettbewerb, ein spannender Wettbewerb liegt hinter uns. Die beiden sind noch übrig, sie stehen hier verdient in diesem Finale. Aber jetzt gilt's, jetzt geht es um den Titel. Kulisse stimmt, Atmosphäre stimmt, es kann losgehen. Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers. UEFA Europa League Finale, es war ein langer, ein aufreibender Wettbewerb. So viele Mannschaften sind mit großen Hoffnungen gestartet, aber nun sind nur noch zwei Teams übrig. Nur noch diese beiden hier und ich denke, beiden kann man den Triumph zutrauen. Chance erstmal vorbei, der Spieler ist dazwischen gegangen. Gefährlich! Ich glaube, fast da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genau so, der Ball geht drüber und das fehlt ihn ärger. Ganz klar, das war Handspiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Ganz wichtiger Mann für sein Team, der läuft viel, der bewegt sich gut und kann eben auch den entscheidenden Pass spielen. Das ist die Chance. Tolle Parade, aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Jetzt kommt die Ecke. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Ganz stark abgeblockt. Und Klasse durchgesetzt. Hereingabe jetzt. Ja, er hat den Ball. Im eigenen 16er. Die Chance. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Jack. Das könnte die Chance werden. Ball kommt in die Mitte. Ja. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Da ist die Balleroberung. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Flanke am Ende dann doch zu hoch. Spielt rüber zur anderen Seite. Nicht gut gemacht, ein Zweikampf. Oh, Ball gewinnen. Hätte gefährlich werden können. Gute Möglichkeit. Der geht nicht halt. Jetzt vielleicht. Chance vertraut. Die Kugel ist weg. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht gefordert. Gut dazwischengegangen. Da ist jetzt Platz. Da kommt die Hereingabe. Sie können nicht klären. Sie sind weiterhin bedränglich. Da gibt es nicht viel zu diskutieren, denke ich. Handspiel im eigenen 16er. Elfmeter. Das soll jetzt hier das 1 zu 0 werden. Klasse hält den Elfer. Super reagiert vom Torhüter. Die Ecke kommt. Der Torwart hat den Ball. Gute Aktion. Das macht der Torhüter gut. Der kann erklären. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Das ist natürlich ein guter Pass. Ganz starker Kopfball, aber eben auch Klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Gefährlich. Er geht schön dazwischen. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Macht er gut. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ball wird abgeblockt. Vorne jetzt die Ballerhobung. Ganz stark abgeblockt. Wieder einmal. Er ist heute hellwach. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt haben Sie den Ball verloren. Dann gehen Sie dazwischen. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter Wasser abseiten. Kein Tor. Riesenparade. Und abseits. Und abseits ist es außerdem noch. Das hätte eh nicht gezählt. Tja, wenn du aus so einer Chance so wenig machst, das ist schon bitter. So. Da fangen Sie den Pass ab. Ball kommt rein. Da müssen Sie den Ballverlust hinnehmen. Ja, mit viel Übersicht. Geht dazwischen und hat den Ball. Jack. Guter Vorstoß jetzt. Ja, ganz sicher. Ball ist aus. Mit viel Auge holen Sie sich da den Ball. Klasse. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Chance für den Konter jetzt. Die Abwehr sucht noch nach Ihrer Formation. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können Sie nichts machen. Sie verlieren hier den Ball. Guter Einsatz. Der hohe Druck zahlt sich aus. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Na, ist ein gefährlicher Steilpass. Klasse. Da haben Sie das Tor. Tor Nummer 1. Also in diesem Europa League Endspiel. Ich glaube, die Antwort wird nicht lange auf Sie warten lassen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt lassen Sie den Ball laufen. Kommt jetzt die Flanke. Fängt diesen Ball ab. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Erstmal dazwischen gegangen hier. Jack. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Da geht er vorbei. Hat genauigkeit gefehlt. Ja, wenn er besser zielt. Bisschen weniger Power. Dann ist es ein Tor. Philipp Kostic. Jetzt können Sie es machen. Fällt das Tor doch noch. Vorne jetzt die Ballerobohung. Sie sind da. Ball wird geblockt. Es sah so aus, als kämen Sie durch. Aber jetzt ist der Ball weg. Geht der Reiz. Da ist das Tor. Und damit liegen Sie in diesem Finale mit zwei Toren in Führung. Und jetzt haben Sie alles in der Hand. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, macht los. 2-0 steht sie hier. Sie machen einen guten Eindruck. Sie hüben schon früh Druck aus. Bohre. Harter Schuss, aber Ball geht neben dem Tor. Knappe Angelegenheit. Also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Kann er was draus machen. Jetzt kommt die Flanke rein. Wenn der sitzt, dann geht hier noch was. Aber so, so wird es echt. Und wir sehen, wie sie das ärgert. Den hätte sie zu gern gemacht. Ja, da ist er zur Stelle. Und der Ball gewinnt. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen Sie dranbleiben. Er gibt dem Spieler die Chance, weiter zu spielen. Aber da kommt er nicht mehr richtig in Tritt. Also dann doch Freistoß. Gut vom Schiedsrichter. Er mahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Zieht einfach mal ab. Den hat er super gehalten. Er holt sich vorne den Ball. Klares Foul und zunächst gut weiterspielen lassen. Und ebenso richtig, dann hier doch noch den Freistoß zu geben. Und da ist der Ball wieder weg. Glanzparade gehalten. Die Ecke kommt. Da kann er jetzt erst mal klären. 45 Minuten sind Ruhm, besteht 2 zu 0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Endspiel in der UEFA Europa League. Wir steigen ein in den zweiten Durchgang. Er nimmt ihm den Ball ab. Der wäre die Chance über außen. Geht nach innen. Und die Balleroberung, wichtig. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter Wasser abseiten. Abseits, absolut klare Entscheidung. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Was macht er draus? Da muss er hin und holt sich den Ball. Da ist die Balleroberung. Jetzt der Steilpass. Er kommt noch an den Ball. Er geht in den Strafraum. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Macht er gut. Den Zweikampf, gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt. Vielleicht läuft es dann ja besser. Super Freistoß. Aber kein Tor, da ärgern sie sich. Das wäre ein klasse Tor gewesen. Über die Grätsche springt er einfach rüber. Wird das eine Torchance? Chance zur Flanke jetzt. Ja, könnte was werden. Der Angriff ist beendet. Er geht energisch dazwischen. Die Chance auf den Konter. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Das war nicht einfach, aber er pariert den Schuss. Es gibt Eckball. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Er pfeift ab. Da hat er den Ball mit der Hand erwischt. Muss nicht mal Absicht gewesen sein, aber Freistoß ist korrekt. So. Da passt er nicht auf. Nicht gut verteidigt. Vorne jetzt die Balleroberung. Er holt sich vorne den Ball. Schöner Pass. Jetzt vielleicht. Gute Aktion vom Torhüter. Und gleich der nächste Eckstoß hinterher. Jetzt der Ball. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Und jetzt gibt's Ecke. Da kommt die Ecke. Da ist der Ball erstmal raus. Und er schießt. Boah, unglaubliche Parade. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Können sie jetzt einen Angriff aufziehen? Da ist die Chance. Es riecht nach Garnberg. Sie brauchen noch einen Treffer. Da haben sie den Ausgleich. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. 2-1. Hier ist noch alles drin. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Nun, Aaron Ramsey. Da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Sie holen sich hier den Ball. Enormes Lauf, Benso. Er geht hier weiter Wege, um sich den Ball zu holen. Kostic. Schöner Vorstoß. Das könnte durchaus gefährlich werden. Schönes Zuspiel hier. Ball ist im Tor, aber ganz klar zählen kann das Ding nicht. Er ist abseits, Wolf. Wissen Sie auch, niemand beschwert sich. Kein Grund zur Aufregung. Dann am Ende ein misslungener Angriff. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Der Ball ist weg, geht über die Linie. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Macht das ganz sicher. Na ja, er verhindert das Tor mit einer Riesenparade. Also die Szene werden wir noch häufiger sehen. Wird das eine Torchance? Ja, da war noch einer dran. Gibt Ecke. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt. Vielleicht läuft es dann ja besser. Ecke kommt in die Mitte. Tolle Parade, aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Was macht er draus? Da zeigt er, dass ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Ein biszehnten Applaus. Vorne der Ballgewinn. Ah, da ist das Tor. Aber da machen sie es ihnen zu einfach. Das nutzt er alles kalt. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, das natürlich bleibt. Niemand da. Alles offen. Das ist kein Problem. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich. 2 zu 2. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Aaron Ramsey. Der Ball holt er gut verteidigt. Chance für den Konter jetzt. Aber er muss aufpassen. Vielleicht die Führung jetzt. Gute Aktion vom Torhüter. Da wären sie beinahe in Rückstand geraten. Aber das war natürlich eine tolle Parade. Eine wichtige Parade. Sie können den Ball abfangen. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Gefährlich. Fällt das Tor doch noch. Und da zeigt er seine ganze Klasse. Kommt raus und pflückt dem Angreifer den Ball vom Fuß. Perfekt geteilt diese Aktion. Sie haben den Ball. Sebastian Rohde. Gibt es jetzt die Chance. Da passt der Klasse auf. Und wieder gibt es eine Ecke. Er geht in den Strafraum. Da kann er jetzt erst mal klären. Kostic. Mit die Chance zur Führung. Schon wieder ein Elfmeter gegen sie. Ja, was ist denn heute los mit denen? Er gibt den Elfer und nur gelb. Na, ich glaube, das geht in Ordnung. Da zeigt der Schiedsrichter Fingerspitzengefühl. Sie wollen die erneute Führung. Balakoski. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Aaron Ramsey. Auf außen ist jetzt Platz. Vielleicht die Gelegenheit für den späten Siegtreffer. Da können Sie klären. Ball wird abgefangen. Ja, richtige Entscheidung. Da erst zu schauen, ob sich da ein Vorteil entwickelt, war nicht der Fall. Also gibt es jetzt Freistoß. Die nehmen eine Auswechslung vor. Viel Platz für den Konter jetzt. Szene immer noch gefährlich. So, das wird nichts mit dem Konter. Da hat die Abwehr natürlich alle Zeit der Welt, wieder zurückzukommen. Und das ist die späte Führung. In diesem Finale der UEFA Europa League ist das ein Spiel. Sie gehen hier in Führung und vielleicht war das auch der Siegtreffer. Viel Zeit bleibt nicht. Der neue Spielstand lautet hier also 3 zu 2. Schöner Pasta. Was macht er draus? Ball kommt. Jetzt könnte dieses Finale entschieden sein. Sie sind mit zwei Toren vorne. Und sie sind so clever, das geben sie nicht mehr her. Wir sehen noch mal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Neuer Spielstand. 4 zu 2. Sechs Treffer haben wir ja bereits gesehen. Der Angriff wird was werden. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Jetzt ist der Platz da. Das ist abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Keine gute Aktion. Das macht er sehr gut. Da können sie kontern. Er nimmt ihm den Ball ab. Ist das der Anschlusstreffer? Keine gute Aktion. Deswegen hier der Pfiff. Es gibt nicht Rot. Das überrascht mich jetzt aber doch. Ja, nicht nur dich, Wolf, sondern auch den Spieler selbst. Der hat fest mit Rot gerechnet, ganz ehrlich. Und das wäre auch korrekt gewesen. Der Ball fängt er. Das war nicht der beste Freistoß. Oh, da sind sie da. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Kommt jetzt der Ball in den Strafbauch. Ryan Kent. Ich glaube, das war's. Super Chance, vielleicht doch noch mal ranzukommen. Aber wir sehen es ja. Nicht genutzt. Da geht nichts mehr. Pass wird abgefangen. Da gehen sie dazwischen. Ganz alleine. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Gut verteidigt. Sie haben es also geschafft. Das ist der Sieg in der UEFA Europa League. So ein bisschen gehen einem die Superlative aus. Überragende Leistung. Ja, das ist ein tolles Finale, das sie gespielt haben. Und zu Recht natürlich diese Bilder. Immer wieder schöne Bilder. Unglaublicher Jubel. Perfekt eingestellt vom Trainer. Und das ist jetzt eben die Belohnung. Und ich denke, da kann ich für uns beide sprechen, Wolf. Da können wir nur gratulieren. Das war eine Herausforderung. Herrlich. Herrlich, herrlich. So, Freunde, was fehlt uns noch? Was fehlt uns noch? Das Wichtigste, wenn es um eine Preisverleihung geht. Es geht um den Pott. Es geht um den Pokal. Und man sieht die Vorfreude den Spielern ins Gesicht geschrieben. Ja, guck mal, ich könnte es gar nicht mehr abwarten. Gib uns endlich das Ding. So kann man das interpretieren. Her damit. Wahnsinn. Ist ja außer dir. Ja, UEFA Europa League. Was für ein Triumph. Hoch das Ding. Jawohl. Ich muss raus. Und es tut den Fans gut, ne? Ja, und tut uns gut. Uns auch. Tut gut. Gratulation. Herzliche Gratulation. Herrlich. Da bitte. Jetzt geht es zu den Fans. Was für ein Erfolg. Wie die jungen Hunde. Tanzen sie vor dem eigenen. Da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Womit wir nun? Super Erfolg. Super Erfolg. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das ist, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite. Und eine tolle Leistung der Mannschaft. Klasse hält den Elber. Super reagiert vom Torhüter. Na, ist ein gefährlicher Steilpass. Klasse. Klasse. Es sah so aus, als kämen sie durch. Aber jetzt ist der Ball weg. Geht er rein. Da ist das Tor. Und damit liegen sie in diesem Finale mit zwei Toren in Führung. Und jetzt haben sie alles in der Hand. Wenn der sitzt, dann geht hier noch was. Aber so, so wird es eng. Und wir sehen, wie sie das ärgert. Den hätte sie zu gern gemacht. Glanzparade gehalten. Er kommt noch an den Ball. Es gibt Eckball. Gute Aktion vom Torhüter. Und gleich der nächste Eckstoß hinterher. Da ist die Chance. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Schönes Zuspiel hier. Ball ist im Tor, aber ganz klar zählen kann das Ding nicht. Er ist abseits, Wolf. Wissen Sie auch? Niemand. Da zeigt er, dass ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Und jetzt entschärft diese gute Chance. Perfekt! Ah, da ist das Tor. Aber da machen sie es ihnen zu einfach. Das nutzt der Eis kalt. Sebastian Rohde. Jetzt die Chance. Da passt der Klasse auf. Und wieder gibt's Nelke. Mit viel Auge holen sie die Chance zur Führung. Er gibt den Elfer und nur... Gibril Sohn. Und das ist die späte Führung. In diesem Finale der UEFA Europa League ist das ein Spiel. Was macht er draus? Jetzt könnte dieses Finale entschieden sein. Sie sind mit zwei Toren vorne. Und sie sind so clever. Das geben sie nicht mehr. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ryan Kent. Ich glaube, das war...